Dann werde ich jetzt noch das Wort nützen. Ich möchte euch alle einladen zum Open Commons Kongress, der am 12. Mai stattfindet. Dieses Jahr widmen sich das Thema im Endspurt. Also wir sprechen dieses Jahr über Diskriminierungen im Netz, Diskriminierungen aller Arten, Diskriminierungen durch Algorithmen, durch fehlende Privatsphäre und Datenschutz, durch Hass und Hetze. Also wer sich dafür interessiert, wir freuen uns natürlich über alle Gäste. Ansonsten wird jetzt der inoffizielle Teil des Abends starten. Ihr wisst, die meisten wissen schon, wo der Kühlschrank steht. Also einen schönen Abend noch und danke fürs Kommen.